Wenn Trex Media zu dir sagt, schau seine Videos, ja, schau seine Videos, nicht scheu seine Videos, dann sind das ziemlich präzise Worte. Schau, scheu, schau, scheu, klingen diese Worte für dich gleich. Aber zu wenig Upload. Entschuldig, hab nicht verstanden. Was sagst du? Zu wenig Upload. Zu wenig Upload. Ich hasse solche Abo-Leichen wie dich. 500 Aboos und nicht ein scheiß Feedback. Und jetzt hab ich blut auf meinen verfickten Schoen. Na, immerhin gibt's da einen Lichtblick. Scheinen wohl nicht alle so verkackt. Steh auf, Mann. Wenn das nicht ein treuer Zuschauer ist. Es tut mir so leid. Ich wollte neue Videos machen seit... naja, Monaten. Eine Menge neue Folgen. Fertig gerendert. Aber Typen wie der hier kriegen den Hals nie voll. Was glaubst du, von wem kommt der? Von Ralfinger? Solange sie dem spenden, gefällt sie. Ich hab absolut nichts übrig für Geldgeilheit. Es ist nicht immer so... ...so einfach. Aber weißt du, wenn du... ...den Wölf in deiner Hand hinhältst, dann... ...fressen sie den ganzen Arm. Naja. Oh, hältst du den mal kurz? Diesen Moment würde ich mir gern festhalten. Schön in die Kamera. So ist gut. Klasse. Mach dir darum keine Sorgen, Mann. Das wird schon bald Geschichte sein. Und dann gibt's ein großes Abenteuer, denn ich... ...ich weiß, was läuft, mein Freund. Du und ich und mein Let's Play. Wie? Scheun. Folgea und drei. So. Wenn du siehst. turn... ... Bis zum nächsten Mal.